Nach dem absichtlich herbeigeführten Linienbus-Ausfall in Osnabrück zugunsten einer spontanen Sonderfahrt für hohe Beamte der Verwaltung hagelt es Kritik an den Stadtwerken. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall erfährst du im Audiosnack. Was sonst noch wichtig ist? Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine, die Osnabrücker Frauenberatungsstelle hat zunehmend mit Frauen zu tun, die in Einsamkeit und Verzweiflung versinken und in den vergangenen zwei Jahren häusliche Gewalt stumm ertragen haben. Viele befänden sich in einer Ohnmachtssituation, berichtet Helene Delchmann, die seit knapp einem Jahr als Sozialarbeiterin in der Frauenberatungsstelle tätig ist. Delchmann sagt, dass Frauen, die sich eigentlich von ihren gewalttätigen Männern trennen wollten, während der Pandemie die Trennung nicht durchgezogen hätten. Sei es wegen der Kinder, aus finanziellen Gründen oder gar wegen der Angst, vor die Tür zu gehen. Hilfe bekommen Frauen unter anderem beim Frauennotruf, der Frauenberatungsstelle oder dem Frauenhaus Osnabrück. Die 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung von Conneforde nach Merzen quer durch den Osnabrücker Nordkreis ist noch nicht einmal genehmigt. Da stellt Netzbetreiber Amprion schon die Pläne für zwei weitere Stromtrassen vor. Auch die sollen durch den Nordkreis verlegt werden. Wo genau steht noch nicht fest, laut Amprion sollen sie aber wohl parallel zu der ersten geplanten Leitung verlaufen. Der Endpunkt werde voraussichtlich im Raum Westerkappeln liegen, wo die 390 Kilometer langen Erdkabel an Stromnetz angeschlossen werden sollen. Ausführlichere Infos zu den Plänen findest du auf noz.de Zum Schwerpunkt Der stundenlange Ausfall wegen einer Busfahrt auf der Linie M1 am späten Abend des 23. Mai 2022 in Osnabrück schlägt hohe Wellen. Ratsleute bei der großen Lager verurteilen es, dass Stadtwerke-Mobilitätsvorstand Stefan Rolfes damals unerlaubterweise in den Fahrplan eingriff, um kurzfristig eine Sonderfahrt zum Flughafen Münster-Osnabrück zu ermöglichen. Dort wenden sich Führungskräfte der Stadtverwaltung nach einer internen Tagung gestrandet, fälschlicherweise, wie sich herausstellte. Die Gruppe um Stadtbaurat Frank Otte fand bloß ihren regulären Charterbus nicht rechtzeitig. Die Stadtwerke Osnabrück sind kein Taxi-Unternehmen für Dezernenten, schimpft die Osnabrücker CDU-Vorsitzende Verena Kemmerling laut einer Mitteilung und fordert Konsequenzen. Es sei ein starkes Stück Vetternwirtschaft, dass Rolfes und Otte sich hier geleistet hätten. Unerwartete Rückendeckung erhält Stadtbaurat Otte derweil vom Bund Osnabrücker Bürger. Der Wählerverein, der dem grünen Dezernenten sonst eher feindlich gesonnen ist, lehnt im vorliegenden Fall eine Vorverurteilung von Stadtbaurat Otte ab. Zwar habe dieser sein Amt zum wiederholten Male schwer beschädigt. Wer aber nun pauschal Ottes Rücktritt fordere, solle sich mäßigen, sagt Sprecher Wolfgang Niemeyer. Der Bürgerbund fordere stattdessen eine umfassende Aufklärung dieses in der Stadtgeschichte einmaligen Vorgangs. Otte sei mutmaßlich nicht der Alleinschuldige an dem ganzen Desaster. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 16.45 Uhr.